Michael Schanze trauert um seine Lebensgefährtin. Ein bewegender Abschied. Michael Schanze und der Verlust seiner Lebensgefährtin Michael Schanze, ein bekannter deutscher Entertainer und TV-Moderator, steht derzeit unter dem Einfluss tiefgreifender Trauer. Seine Lebensgefährtin, mit der er viele Jahre verbracht hat, ist verstorben. Ein Verlust, der nicht nur in seinem persönlichen Leben, sondern auch in der Öffentlichkeit für Betroffenheit sorgt. In einem Interview äußerte Schanze, dass der Tod seiner Partnerin ihn überaus getroffen habe. Er sei mit einer großen inneren Leere konfrontiert, die er nicht in Worte fassen könne. Dies drückt das Gefühl aus, das viele Menschen empfinden, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren. Es sei eine dramatische Umstellung, die ihn sowohl emotional als auch spirituell herausfordere. Freunde und Wegbegleiter von Schanze berichten, dass der Entertainer in dieser schweren Zeit von einem großartigen Freundeskreis umgeben ist. Diese Unterstützung sei wichtig für ihn, um mit dem Verlust umzugehen. So betont ein enger Freund, dass man in solch dunklen Zeiten niemals alleine sein sollte und dass Schanze sich auf seine treuen Begleiter verlassen könne. Die Beziehung zwischen Schanze und seiner Lebensgefährtin war von Liebe und Respekt geprägt. Er habe in verschiedenen Interviews immer wieder betont, wie glücklich und erfüllt ihn diese Partnerschaft gemacht habe. Der Tod sei für ihn ein unerwarteter Schicksalsschlag gewesen, den er nun verarbeiten müsse. Dabei hoffe er, dass die Erinnerungen an die schöne Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben, ihm Kraft geben werden, um durch diese schwierige Phase zu kommen. Schanze, der für seine charmante Art bekannt ist, habe in der Vergangenheit auch oft über die Herausforderungen des Lebens gesprochen. In Anbetracht seiner aktuellen Situation wird nun deutlich, dass er nicht nur auf der Bühne stark ist, sondern auch im Leben mit persönlichen Schicksalsschlägen umgehen muss. Er habe Wind und Wetter überstanden, sei sich jedoch über die Bedeutung von Trauer und Verarbeitung bewusst geworden. Ein besonderes Augenmerk legt Schanze auf das Erbe seiner Lebensgefährtin. In einem persönlichen Gespräch betonte er, dass ihre gemeinsamen Erinnerungen und die schönen Momente, die sie geteilt haben, unvergesslich bleiben würden. Für ihn sei es wichtig, die positiven Aspekte ihrer Beziehung zu würdigen, auch wenn das Herz gebrochen ist. Das Andenken an die Verstorbenen könne nicht nur Schmerz, sondern auch Trost bringen, wenn man sich der gemeinsamen Erlebnisse erinnert. Letztlich zeigt Michael Schanze, dass Trauer eine untrennbare Facette des Lebens ist. In seiner Rolle als Entertainer hat er viele Menschen zum Lachen gebracht, doch solch private Rückschläge pulen hinter der Fassade. Die Stärke, die er auch in dieser schmerzhaften Zeit zeigt, kann als Inspiration für viele angesehen werden, die ebenfalls Verluste erlitten haben. Indem man die Trauer annimmt, kann Heilung stattfinden. Im Angesicht all dieser emotionalen Herausforderungen bleibt zu hoffen, dass Michael Schanze die nötige Stärke und den Rückhalt findet, um seinen Weg weiterzugehen und die Erinnerungen an seine Lebensgefährtin in seinem Herzen zu bewahren. Autor Anita Farke, Mittwoch, 31. Juli 2024.